Laa Laa Oh man Laa So Die Decke wird übrigens ziemlich lustig. So Dann Da ne Fackel Da ne Fackel Dann kommt am Ende da noch ne Fackel hin. So 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 Schreck So 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 Oh, Alter, mein Herz. Boah, das geht gar nicht. Oh, ho, ho. Boah. Eieieiei. Pimmel. Boah. Boah, ich werde hier noch sterben. Boah. Wieso habe ich hier vor allem wieder so ein sinnloser Herzinfarkt? Gott. Boah. Boah. Mann, 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 Mann. Sieht schon sehr nice aus hier. Jetzt wird es aber ein bisschen problematisch. Denn jetzt muss ich die Däger machen. Und dafür mache ich hier so einen Steg erstmal. Der kommt später am Ende natürlich wieder weg. Ist ja klar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, zack. Zack. Und zack. Passt perfekt hier. Zack. 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 Und nochmal zack. Und nochmal zack. Und nochmal zack. So, aus welchem Material machen wir das denn? Erst einmal kurz, zack, 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 zack. Komm, machen wir mit dunkler Tafel, komplett. Wie ist das? Wie ist das? Wow. Nein. Von allen nimmt er ausgerechnet das. Bäh. Bäh. So, zack. Ja. Richtig. So. Dann erstmal hier alles aufsammeln, bevor das despawnt. Machen wir das einfach so. Geht schneller. Ja. Hervorragend. fertig sieht sehr schick aus und hier an der seite können wir halt noch noch die treppe nach oben machen so als nächstes noch die garagentür so ein paar kartoffeln haben wir bekommen wie geht denn die ich brauche drei stück davon okay das ist einfach nein glas bauzeugs kohle holz mal alles holz machen so mal ein paar von denen machen so drei da oh na gut jetzt haben wir 24 ist auch egal ne wir brauchen nur drei ähm ah ok ähm blablabla was brauchen wir denn noch 1 2 3 so und was noch 1 2 ich nehme einfach mal was mit davon und okay aber dürfte reichen 2 3 1 2 3 1 1 2 3 Nein! 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 Machen wir das so. Ähm. Dunkle Tafeln. Okay. Ja, gut. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Läuft. Haha. Sieht echt schnieke aus. Würde ich zumindest mal so behaupten. Hm. Da. Ne. Das kommt zu Bauzeugs. Ähm. Oh, scharf. Hier ist Bauzeugs, ne? Ja. Ja. Ähm. Ja. Ja, danke. Plut. 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 Ich brenne das einfach mal. Da ist wohl ein Zombie in unserem Gang. Da ist wohl ein Zombie in unserem Gang. Ein neuer Enderpern. Das ist sehr gut. Äh. Hm. So. Äh. 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 Enderium, oh Gott. Was? Was? Oh, was? 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 Okay. Kann man eigentlich eine Rüstung einschmelzen? Oh, goodness. Hm. Hm. Hier ist tatsächlich irgendwo ein Zombie. Das Plansch? Wohl vielleicht irgendwo noch so ein... Noch irgendwo so ein Planschbecken. So ein unterirdisches. Ähm. Wir gehen mal pennen. Wir können heißes. Wir können. Wir brauchen dringend Gold. Was willst du, hä? Ist dir Stress? Da kommst du. Läufe Läufe Das Kartoffelparadies. Ich brauche nur mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, weil da kaum Licht ist. Einfach mal mit Fackeln zuballern. 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 Ach, das sind sie doch. Ach, das ist sie doch. Ach, das ist sie doch. Hm. Kartoffeln. Kartoffeln. Tja, was machen wir jetzt? Ventilrohr. Okay. Oh. Oh. Geht das wirklich nicht mehr mit dem Verdoppeln? Haben wir auch irgendwas, was... Doch, es geht. Okay. Die schöne Musik, die man hier auch gar nicht hört. Ich hoffe, man hört es selbst. Das ist so schön laut. Lala, 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 lala. Ich freue euch hoffentlich nicht auf den Sack. Lala, lala, lala. Ich gehe doch so gerne hier auf den Sack. Mann. Okay, das reicht. Ah, cool. Haben wir die hier schon mal noch nicht so. Kaktusgrün. Machen wir die Hälfte in Kaktusgrün. Machen die Hälfte in Dichtung. Kartoffeln. Das plant Megapack also. Wieso hat das letztens nicht funktioniert? Hm. Glas und Stein. Oh, warte. So, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. So. Dann wollen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also, ob das ohne Gold funktioniert. Wir haben bis jetzt immer nur Gold. Und Rohre dafür genommen, glaube ich. erstmal kurz vor. Wir haben so lange walk. én. Und Rohre dafür ist ein Strip. Du bist. Du bist. Ach ja, es geht. Es würde gehen. Sagen wir es mal so. Ich lasse das hier mal offen. Ah, scheiße. Das ist von PC Transport. PC. Mann. Das glaube ich brauchen wir. Äh. Ne, das brauchen wir. Ein Stein-Zahnrad. Okay. Eisen und ein Stein-Zahnrad. Okay. Ein normales Zahnrad. Ja, Feuerwerk. Wuhu. Ja. Wuhu. Ein Stein-Zahnrad. Ja. Ja. Feuerwerk. Wuhu. Wuhu. Was die Nachbarn wohl denken. Also die Monster-Nachbarn hier. Wuhu. 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 Die ganzen Zombies. Die ganzen Creeper würden jetzt einfach mit in die Luft gehen. Pssst. Pssst. Es funzt. Es funzt, liebe Leute. Ich habe das Flüssig. So. Wir brauchen aber immer noch Gold. Jetzt geht es hier aber ab mit den Kartoffeln. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.